Was stellt man sich unter Fach- und Führungskraft vor? Das ist immer die Frage, was stellt man sich unter Fach- und Führungskraft vor. Wir beginnen Gänsefüßchen ganz unten. Wir gehen in die Schulen. Wir fangen sehr früh an, schon zwölfjährige. Kinder betreuen wir in den vielen Betriebsbesichtigungen. Wir gehen direkt in die Schulen vor Ort. Wir haben den Girls Day sehr intensiv beworben. Somit haben wir jetzt auch schon weibliche Azubis. Unser Ziel ist, erstens schon früh die künftigen Mitarbeiter an uns zu binden. Wir betreuen die Kinder von klein auf sozusagen. Wir bieten dann sehr viele Lehrstellen an, Schnupperstellen. Wir haben über 15 Prozent Ausbildungsquote in den jeweiligen Bürgerwerken. Und dann geht es praktisch weiter. Wir unterstützen, dass sie Meisterschule machen, Technikerschule machen. Wir haben ein Beispiel in Ummendorf. Der Werksleiter jetzt war Azubi bei uns. Technikerschule, Meisterschule, Auslandsaufenthalt bei uns in Kanada, USA. Und leitet jetzt ein Werk mit knapp 250 Mitarbeitern.